Hallo da draußen! Nächste Folge der Willian mit dabei wie immer Wintermond LP. Hi Steffi! Hi Rolf! So, hier komm ich auf mein Gaul F1, ne? Alles klar, hingehen! Was hat dir gesagt, gerade Schlitten oder Schnitzel? Was stand da? Ich hab nix gelösen! Okay, ich stehe da wahrscheinlich nur bei mir. Das Gute ist, wenn du jetzt vorrennst, dann sind die ganzen Viecher aggro auf dich. Okay, sehr gut. Ich meine, da gibt's nur noch einen. Das haben wir noch eine Quest. Privater Spielplatz. Der Willian. Sehr gut. Die war nicht so schwer, ne, die Tante? Ne. Und ich hatte auch die Möglichkeit, nicht nur die Willian zu benutzen. Quest verfügbar, annehmen. Quest verfügbar, annehmen. Quest verfügbar, annehmen. Quest verfügbar, annehmen. Hast du auch 5 Quest? Ja, ne, 4 sind's. Ja. Okay. Nehme mal das Oberste. Ich folg dir. Mit und nicht wieder ab, Haus hier. Ne, sieht gut aus, ist gleich hier links neben der Brücke. Okay. Ja, so hat ein Zombie-Garten mit geredet, bei dem du antworten. Ich bin ja nicht so unfreundlich, den lauf da vorbei und... Du kannst Zombie... Wow. Ja. Aber der war nicht schlecht. Reden kann ich noch nicht verstehen. So, runter vom Goal. Was war denn? Achso, hier. Ja. Ja. Beiste Rolle. Hm. Der blaue Punkt bist du, oder? Hm, ja. Ja, der Pfeil sei nach oben, aber der Kreis ist hier unten. Komisch, oder? Also, da hinten wahrscheinlich eine andere Quest. Ja. Ah, hier ist noch. Die Leichenopfer müssen wir zerstören. Ich hab fünf von fünf. Ich... glaub ich auch. Warte. Warte. So wenig. Warte. Okay. Das ist nicht auch so ein Ding hier. Oh. Fast ein bisschen erschrocken. Hey. Müssen wir ins Schlager? Ich check mal Randal ab. Den obersten. Ja. Dann kommen wir doch theoretisch an Rosana vorbei. Bestimmt treffen wir Rosana auf dem Weg. Die alte, geschreppene Lilla. Sagen wir doch auch mal Hallo, oder? Oh man, ja. Muss wieder umdrehen, hier. Verdammt. Bitte. Ich brauche deine Hilfe. Okay. 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 So, noch ein neues Quest von dem Typen. Noch ein neues Quest von dem Typen. Besiege Krall Dingster Bomster. Okay. Das klingt gut. Können wir unseren Devillian benutzen. Besiege Krall Jinn, den Krieger der dunklen Wahrheit. Wenn wir jetzt bei WoW, würde ich sagen, das ist ein Troll. Das ist voll die, voll die lächerliche, voll lächerliche Name ey. Krieger der dunklen Wahrheit, what the fuck. Ach der. Ich versteh einfach rum. Okay. Den hatte ich mit meinem anderen Charakter alleine gemacht und ich muss sagen, da war der nicht so einfach. Okay, wir waren jetzt vier Leute. Wir waren vier Leute, wollte ich gerade sagen. Wir sind reingerannt, wo ich glaube ich noch so 30 AP hatte oder so. Ja. Ich bin vor der Questgeier geworden, oder? Ich lauf dir einfach nur aus. Hingehen ist auf jeden Fall eine super Funktion, muss ich sagen. Ja, das scheint mittlerweile in Mode gekommen zu sein, bei den ganzen MMOs. Aber wenn ich so den Chat verfolge, scheine ich ja doch Glück gehabt zu haben, diesen Server ausgewählt zu haben. Der andere, das scheint nur Probleme zu machen und ist Wartungsarbeiten über Stunden. Also, Glück gehabt. Ach so, das gibt so richtige Probleme auf dem anderen Server, ja? Ja. Ja, die ganzen Leute kommen hier rüber und jammern. Der ist seit Stunden offline und keine Ahnung. Und der Charakter ist dann auch gebunden an den Server, ja? Ja. Ah, jetzend, ey. Deswegen habe ich vorhin auch den einen gelesenen, der geschrieben hat, es ist worse, hier rüber zu kommen auf den Server irgendwie. Dann dachte ich mir, warum denn? Was willst du denn hier? Das ist doch alles, wenn das alles da drüben so läuft auf dem anderen wie hier. Das tut es wahrscheinlich auch nicht. So, sprich mit Erika, die steht natürlich gleich neben uns. Was gibt es denn hier? Eine Feder? Ne, ach so, das ist eine Klinge. Hey, ein Facebook-Point habe ich bekommen. Ein Facebook-Point? Oh. Wow, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt alles explodiert hier bei mir? Schreie aus dem Wald. Warum schreit da jemand im Wald, Steffi? Das möchtest du nicht wissen. Belohnung, 15 Punkte, was? Was ist das denn hier? Ich kann hier unten, was ist denn hier los jetzt? Was ist das für ein Menü, dieses tägliche Aufgabe? Äh, da kannst du deine Belohnung einfordern, wenn du irgendwelche täglichen Aufgaben gemacht hast. Habe ich anscheinend, aber ich will nicht dieses scheißen Megafon haben. Das ist das Einzige, was ich... Ah, dann packst du dann ins Lager rein. Dazu bräuchte ich dann so ein Megafon, ey. Dammit. Ich habe ein neues Kleid. Der ist aus wie eine Rose. Sehr schön, sehr schön. Was habe ich denn noch hier an? Wann haut eine Halskette? Okay, da habe ich noch gar keine. Jetzt habe ich diese Klingen von dem. Die sind aber auch nicht so geil wie mit den blauen Klingen. Da muss ich hier nochmal was identifizieren. Fuh. 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 Oh shit. Den hole ich mir. Pass mal auf. Sehen sie... Sehen sie meine jetzt schon epische Rüstung? Dein Kleid ist aber auch süß. Das gefällt mir. Das ist cool. Ey, geh mal weg mal dein Vogel da. Und dem Kleid. So, pass auf. Und... Oh, lecker. Jetzt wollen wir die alle durch mein Bild hier. Den soll man mit aufhören. Katsching! Äh, voll der Römer. Ja man. Aber jetzt habe ich schon mal zumindest hier Arme. Siehst du's? Jetzt habe ich Arme. Ich hatte vorher keine Arme. Nooo, doch. So, ich finde das ein bisschen blöd, dass meine... Das jetzt aussieht wie ein Kleid hier, aber die Panzer ist halt besser. Ja, gut. Jetzt habe ich denn noch so lustige Handschuhe habe ich noch. Ich glaube ich habe Abwehr. Oh! Ein bisschen übertrieben, aber gut. Und da habe ich noch so einen E-Ring. Den sieht man keinen Unterschied, aber egal. Jetzt sagen die, verticke ich mal. Ich habe übrigens immer noch dieses Mesadias Arzneivoräte mit dabei. vom Quest. Okay. Hast du die auch? Den habe ich nicht mehr, ne. Ich habe jetzt auch nur noch eine Quest. Ich habe das Ding einfach in meinem Inventar und ich weiß nicht warum. Zwei Stück davon. Wahrscheinlich hätte ich dir einfach so mitgemacht. Ich könnte hier droppen oder so. Versuch mal aus dem Inventar rauszuziehen. Äh, Mesadias, ah ja. Das System Mesadias Arzneivoräte zerstört steht da. Ja. Auch eine Atemweise damit umzugehen, ne. Ich. Ich geh nochmal kurz zu dem Metzger hoch. Ich drücke über die falsche Taste. Was macht eigentlich diese hier? Warum hat man den Schloss über dem Kopf? Geht's dir nicht gut? Es ist dein Lager. Ach ja, stimmt ja. Geht's dir nicht gut? Ich lage mal meinen Corgi ein und meine Elfe. Wenn du etwas verwahren willst, wende dich an mich. So, blaue Gegenstände, da hast du gesagt. Ne, grüne sind's, die ich hier gerade habe. Ah, jetzt habe ich hier einen, jetzt habe ich hier einen blauen Gegenstand. Ich muss mal schauen, da steht dann bei Bergen, was da rauskommt. Sobald da dann noch eine lila Münze rauskommt, würde ich die Bergen ansonsten einfach verkaufen. Da kommt noch ein magischer Staub raus, Rainer. Ja, dann kannst du's verkaufen. Okay. Neun Gold, 575 Silber. Immerhin. Komm bald zurück. So, Dalla. Auf den Gaul. Ne. Voll, Willi. Das ist nett von dir. Ich will so ein Pferd haben, ich finde das Pferd sieht richtig geil aus. Mick plus Willis Love. Das ist... Der Ritter. Machen wir. Der wird hooten. Oh, der sieht schön aus hier. Mit der Farbe. Na ihr. Ich würde sagen, hey warum haust du den denn, der macht doch nur seinen Job. Das ist voll gemein ey. Die Landschaft ist schon schön gestaltet, muss man sagen ey. Die Sklaven-Trabi, die natürlich jetzt der erste sind. Ja, das ist jetzt auch neu, dass hin und wieder mal, wenn du eine Mapgruppe besägt hast, noch eine weitere kommt. Und da ist dann ein etwas stärkerer Gegner bei, der dann auch Luft bei sich hat. Ah, etwas stärker ja. Cool. Er war klar, Schuhe. Was habe ich denn bekommen? Ein Ring? Ich bin voll daneben geflogen. Wir haben die doch eigentlich schon durch, hier oder nicht? Ah, müssen wir nicht noch eine Leiche. Ich sehe keine mehr. Okay. Ich habe keine Leiche mehr. Du? Ja, ich habe jetzt. Hallo. Benutze. Maguire auch immer ist tot. Wer hätte das gedacht? Ich bin ein Mensch, nicht hauen, sagt der Tür zu mir. Ich bin ein Mensch, nicht hauen, sagt der Tür zu mir. Zumindest stehe ich drauf. Hast du die jetzt auch bekommen, die ich oft rollen? Nein. Dafür habe ich eine Heizkette bekommen. Uh. Da ist sie wieder. Danke. Danke. Danke für das sauber machen. Danke für das Auffang hinter dir. Ich bin ein Mensch, nicht hauen, sagt der Tür zu mir. Ich bin ein Mensch, nicht hauen. Ich bin ein Mensch, nicht hauen. Ich bin ein Mensch, nicht hauen. Geht da. Schaut doch mal bei Steffi vorbei. Link in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschau. Tschüss.